Ok Freunde, ich bin es auch hier schon wieder. Masse statt Klasse. Findet ihr das Klasse? Oder so ein Hasse? Ehe. Übermut, man. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Den Rest vom Text denkt sich der Litze gerade aus. Ein Teil der User denkt sich, ach du geh nach Haus. Doch was glaubt ihr denn, wo ich grad bin? Kommt schaut. Ich bin es auch hier schon wieder. Ich bin es auch hier schon wieder. Ich bin es auch hier schon wieder. Und für eure Fröhlichkeit hat man es ihnen wieder gegeben. Hat man ihnen wieder nichts weggenommen vom Hartz IV. Aber das ist zu kompliziert, um es auf die Schnelle zu formulieren. Ich drücke erstmal Dings. Vor allem echtes Problem. Man hat auf diesen Saxophon-Mundstücken... Hat man so ein Bissplättchen oder ich klebt da welche drauf. Wenn man Pech hat, kleben die dann lange nicht. Und dann kann man nicht richtig spielen. Man muss irgendwie neu lernen. Beziehungsweise viele Nach-und-Sonst-Teile. Ja... Das ist der Fall. Der könnte den Hater... Der Content-Polizei habe ich gelernt. Das könnte ihnen in die Hände spielen. Ja... Ich mache mir jetzt auch einen Ausweis. Auch Content-Polizei. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Die Pflanzen sehen immer kränker aus, heißt es. Ja... Ach... Spaß beiseite. Bis bald!